Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder. Heute möchte ich über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Thema der Geborgenheit in Gott. Thema über eine Verbundenheit mit der Liebe Jesu. Schaut mal, was wir in Römer 8, 38-39 lesen. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstnehmer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf kann uns scheiden, Vermögen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, so sagt Paulus in Römer 8. Römer 8 ist ein wichtiges Kapitel. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts. Aber was heißt es von der Liebe Gottes? Haben wir selber diese Liebe Gottes angenommen? Sind wir in diese Liebe Gottes eingetaucht? Wir wissen, es steht auch in anderen Städten, Römer 5.5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Durch den Heiligen Geist ist sie ausgegossen. Sind wir wirklich mit dieser Liebe Gottes wirklich so vertraut, dass sie in uns ist und wir in ihr ist? Dann lesen wir, es kann nichts uns scheiden, aber wir müssen vor diese Liebe Gottes annehmen. Was gehört dazu? Da gehört dazu zu glauben, dass Jesus Christus für dich und für mich gestorben ist. Dass er am Kreuz die Sünden auf sich genommen hat. Ja, meine und deine Sünden. Deswegen ist er gestorben. Deswegen hat er das Ganze ertragen über das Leben, was er ertragen musste, bis zu diesem also schweren Tod am Kreuz. Und ich denke, es ist wichtig, immer wieder vor Augen zu haben, ihr wisst ja diesen goldenen Vers aus der Bibel. Also hat Gott die Welt geliebt, auch dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ja, deswegen hat er seinen eigenen geborenen Sohn geschickt auf diese Erde. Ganz wichtig, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn geschickt hat. Und dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wenn wir an das glauben, an diese Liebe und an sie wirklich also so eingetaucht sind, dann kann uns nichts trennen von ihm. Er ist unser Burg. Das lesen wir auch in Sprüche 18, 10. Nein, der Herr ist eine starke Festung. Wer das Rechte tut, findet bei ihm sichere Zuflucht. Eine andere Übersetzung sagt, der Herr ist unsere feste Burg. In ihm können wir geborgen sein. Und das ist ganz wichtig, wenn ich in ihm bin. Es kann aber passieren, dass jemand also entscheidet, sich nicht mehr mit Jesus zu gehen. Das gibt es auch. Bewusst, durch Taten und letztendlich, also durch alles, was er dazu gebracht hat, er sagt, ich brauche nicht mehr diesen Jesus. Ich mache alles selber. Es gibt nicht diese Liebe. Dann hat er sich selber entschieden, von dieser Liebe rauszugehen. Aber wenn ich in dieser Liebe Gottes bin, wenn ich jeden Morgen mich fühle mit ihm, lese und bete zu ihm und warte, was er zu mir sagt, wirklich handle nach den Anweisungen, was er mir sagt, dann kann ich auch wirklich gedroht sein. Schaut mal, was in 2. Thessalonicher 3.3 steht. Der Herr ist aber treu. Er wird euch Kraft geben und euch von dem Bösen bewahren. Der Herr ist treu. Er wird Kraft geben und bewahren in jeder Situation, die es vor uns gibt. Ich denke gerade an Jan Hus. Wir waren voriges Jahr, ja im Sommer gerade, an dem Denkmal von ihm in Prag. Also dieser Mann, das war so ein wunderbar, kluger Mensch, gottergebener Mensch, der war auch Rektor der Universität. Der hat auch jedes Mal so erkannt, die Wahrheit Gottes. Er hat gemerkt, dass also von dem Papsttum auch, das war so viel falsch getan. Er war auch ein bisschen vielleicht naiv, er ist gegangen bis zum Papst und hat also gesagt, so und so darf man nicht machen. Also irgendwie, aber er wurde nicht erhört, man hat ihm kein Gehör gegeben. Letztendlich musste er sterben am Feuer. Man hat seinen Scheiterhaufen, wo er verbrannt, aber ihn hat es nicht getrennt von der Liebe Jesu. Auch wir sehen auch die 10 Apostel, einer hier, Johannes ist hier, nicht gestorben, der Märtyrtut. Aber die 10 und dann auch der 11, Matthias, alle sind also, die sind tot gestorben. Keiner wurde von der Liebe Gottes getrennt. Es war schwer, es war unmöglich schwer, aber in dem Moment, wo es wirklich schwer war, dann war die Liebe Gottes da. Und es konnte nichts trennen dich von der Liebe Gottes. Man muss immer achten, dass unsere Aufgabe ist, in seiner Liebe zu bleiben. Immer wieder also so im Danken für das, was er getan hat. Wenn man manchmal auch es nicht so spürt, nicht so irgendwie so vor Augen hat, trotzdem sagen, Herr Jesu, ich danke dir für alles, was du getan hast, dass du für mich gestorben bist, dass du am Kreuz hast, die ganze Welt gerettet, dass du hast einen wunderbaren Himmel geschaffen, dass du hast eine wunderbare Erde, diese Erde hast du geschaffen. In jedem Blümchen warst du dabei. Gott, ich danke dir für diese wunderbare, große Liebe, die du jedem Menschen schenkst. Und ich will in dieser Liebe bleiben. Und ich weiß, wenn ich in dir bin, wenn ich bin geborgen, in dir, wie in einer Festung, dann ist es also nichts, was mich von der Liebe Gottes trennen kann. Und mir gehe, Herr Jesus, gib jedem, der hört diese Worte, dass er wirklich von sich alles tut, dass er in deine Liebe neigt hat, dass er vor dir seine Sünden bekennt, dass er vor dir auch bittet um Vergebung, dass er dich einlädt in sein Herz und sagt, wohne in mir, Jesus Christus, in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich bete für jeden, Jesus, für jeden wirklich in diese Liebe einzutauchen. Jeder, der sich bei dir sucht, diese Hilfe und deine Gnade sei auch über ihm. Der Name des Herrn sei gebriesen. Amen.